Ja, in diesem Sommer ist das Wetter ein bisschen instabil, jeden vierten Tag. Kommt es irgendwie schiffen? Oder es ist sonst irgendwie schlecht? Ja, und so hat es heute am Mittwoch mich wieder mal gereicht mit Regen da. Ich bin da in Mülleren, Glanerland, und zwar ein bisschen oberhalb. Und möchte auf den Frontalbstock laufen. Obwohl es gerade vor den Haustüren ist, war ich noch nie hier oben. Und in dem halben Tag, den ich heute habe, dachte ich muss es mal ausprobieren. Und möchte auf den Frontalbstock laufen. Gemäss Meteo soll es am 22. Juli am Morgen ein bisschen schonen. Und am Nachmittag sollte dann wieder die Gewitter kommen. Ich hoffe natürlich, dass ich meine Aktivierung bis dann draussen habe. Es ist wirklich eine schöne Ecke da. Man sieht das Flachland raus. Und auch für die Erreichbarkeit ist es gut. Es hat einen Parkplatz. Und wenn man kurzfristig mal etwas aktivieren möchte, ist es hier oben sicher auch geeignet. Nach kurzer Zeit, beim Aufstieg auf diesem Alpweg, bin ich offenbar noch in einer Alp gelandet. Es hat einen Wegweiser. Aber vermutlich geht es ja hier geradeaus. Ich muss mich entscheiden, zwischen den Frontalbstock und der Geopfaden. Ich würde sagen, beides klingt gut. Dann laufen wir links. Nach dem Bauernhof hat es gerade wieder einen Wegweiser. Ich muss mich entscheiden, zwischen den Frontalbstock und der Geopfaden. Ich entscheide mich für den Frontalbstock. Ein Teil offenbar vom Weg geht sogar hier oben. Die Farbe vom Weg ändert sich plötzlich auf Rot. Und ja, die meisten wissen. Rot, Felsen, Ferrucano. Wahrscheinlich da die Idee von diesem Geopfaden. Um aufzuzeigen, was es für verschiedene Steinsorten gibt. Und was da geologisch in der Vergangenheit alles passiert ist. Ja, sind wir gespannt, wie es weiter oben aussieht. Vielleicht können wir nachher wieder Kalkarren. Lassen wir uns doch überraschen. Ich bin wieder auf den Alp gekommen. Und folge weiter dem Weiss-Rot-Weiss-Weg. Der hier hinter den Häusern weitergeht. Nach kurzem Lauf ist der Frontalp-Pass erreicht. 1848 Meter. Ja, und wir gehen jetzt nicht mehr weiter hier am Geophänomen-Weg. Sondern wir gehen links. Weiss-Blau-Weiss folgend. Richtung Frontalbstock. Ich habe den Weg auch schon von unten angeschaut. Ich habe hier auch schon schnell Abstiegsrouten ausgemacht. Falls es gleich noch gewittert wäre. Dass man etwas schneller oben runterkommt. Und ich habe heute auch aus Sicherheitsgründen auch Stiegis und Dickel wieder dabei. Aber sonst eigentlich Lichtgepäck. Das geht richtig flott voran. Der Aufstieg hier über die Alp ist geschafft. Und ich bin hier auf dem Grat angekommen. Interessante Gegend. Wieder ganz spezielle Perspektiven. Bürtschenstöcke. Hier hinten wahrscheinlich der Nuenkamm. Auch ein Sotaberg. Und vor uns der Frontalbstock. Das Ziel vom heutigen Tag. Ich laufe Weiss-Blau-Weiss weiter. Und lasse mich überraschen, was der Weg hier so alles noch dringen wird. Die Alperrose blüht. Und es hat einen speziellen Duft hier oben. Wahrscheinlich natürlich auch, weil es so viel geregnet hat. Ist hier wirklich alles am Blühen. Und es riecht intensiv. Toll, man sieht jetzt hier auch über den Klöntalersee. Die Rautenspitze. Die Eienstock, Silberen. Die eine Richtung Glernisch. Vorderglernisch. Ein Haufen Sotaberge haben wir hier gerade Einsicht. Ja, wie sieht es hier oben aus. Wenn wir hier oben sind, ist das sicher noch besser. Es geht weiter hier. Ein bisschen im Gratum. Weiss-Blau-Weiss. Und wir folgen der Markierung. Der Weg traversiert über. Ich sehe richtig eine Rine. Es hat da vorne eine Rine. Mit einem Weiss-Blau-Weiss-Zeichen davor. Vermutlich wird es nicht irgendwo hochgehen. Ich deponiere die Stöcke. Die helfen nicht hier oben. Und gehe jetzt die Rine darauf. Das ist eine Komfort-Rine. Mit einer schönen Kette. Mit einer Rine. Wo man sich halten kann. Lustig. Ganz eine andere Rine. Weder hier im Graubünden. Oder im Tessin. Es ist alles eng hier. Es liegt keine Schut und lockere Steine. Und man kann richtig gut. Kann man da hochklettern. Oder sich gut ziehen. An der Kette. Das geht wirklich wunderbar. Ja, die Steine sind ein wenig rutschig. Jetzt hat ja auch immer geschiffen. So. Schöne Drittel. Gute Griff. Dreibrösmalige Steine hier. Wirklich praktisch mit zwei Ketten. Wenn man genug Kraft hat in der Wärme. Bezieht man sich hier einfach hoch. Extrem praktisch. Und einfach. Ein Blick runter. Ja. Ein Blick runter. Ja. So. Schon fast geschafft. Schon fast geschafft. Ja. So sieht das aus. Hier oben. Gut. Ja. Und es geht weiter. Hier im Weiss-Blau-Weiss-Werk. Jetzt geht's weiter. Es geht der restliche Teil noch da rauf. Der Weg ist ein wenig schmierig. Aha. Jetzt kommen wir noch zu Besuch über. Noch mal ein Helikopter. Naja. Ja, es ist wirklich etwas schmierig hier oben. Die Steine sind etwas ausgetreten und schmierig. Sie erinnern mich spontan etwas an den Scheibenstuhl. HB9 BXQ, HB9 PIM. Ja, wunderbar. Guten Morgen. HB9 BXQ, HB9 PIM. HB9 BXQ kann ich hier auch verteilen. Das geht natürlich wunderbar. Wir haben fast sichterwindig hier auf der Klanger Frohnalbstock. Ja, prima René. Alles gut angekommen. Es ist hier quasi mein Hausberg. Ich war vorgestern im Naturfreundinhaus und die letzte Woche auf dem Berg oben. Wie sieht es mit dem Wetter aus? Ja, bis jetzt ist es nicht schlecht. Jetzt wo ich umgefahren bin, da hat es noch leicht geregnet. Es hat aufgehört, aber es wird wieder schlecht werden. Sobald ich meine QSO da durch habe, werde ich auch wieder runtergehen. Ja, es ist leider nicht stabil im Moment das Wetter. Es ist alle drei, vier Tage haben wir sowieso ausgesehen der Regen. Ja, ja, es ist ein wenig so. Aber kein Nebel da oben, oder? Negativ, negativ. Nebel hat es ja keinen. Man sieht es sogar ein wenig rundherum. Aber einfach, es ist bedeckt und ein leichter Dunsch hier in unserem Land. Prima, dann wünsche ich dir viel Glück und wieder einen guten Abstieg, René. Gell, hat mich Freude. Das ist ein richtiger Rennsens auf der Frohnalbstock im Moment. 73, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, 73. Ciao, ciao, tschüss. Danke für's ihr rufen. Auf dem Frohnalbstock sind ein Haufen Verbindungen möglich gewesen. Das geht natürlich super von hier oben, auch unter der Woche. Auf dem 2-Meter-Band so oder so. Es ist ein klassischer Frontberg, wie ich dem sage, der relativ weit vorne liegt. Da kommt man gut raus mit UKW. Und ich hatte in kurzer Zeit meine Liste voll. Irgendwann einmal sind keine Stationen mehr reinkommen, die angerufen haben. Und das war für mich eigentlich auch das Signal, hier wieder langsam zusammenzuräumen. Zumal ja da eigentlich das Wetter nicht so gut angesagt ist. Und ja, ich lasse es nicht nehmen, hier noch schnell rundherum zu filmen. Und mache mich dann wieder langsam auf den Abstieg. Es geht den gleichen Weg, wo wir da schon gefilmt haben, bei der Retour. Und möchte mich an dieser Stelle auch schon verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.